Hallo, herzlich willkommen und moin moin zu einer neuen Ausgabe von 4Players vor zehn Jahren. Wir haben wieder mal in unserem Archiv gewühlt und sind dabei auf einen Titel gestoßen, den wir im Herbst 2009 getestet haben, und zwar Assassin's Creed 2. Ja, es ist tatsächlich schon zehn Jahre her, dass dieser Titel rauskam. Fühlt sich auch bedingt durch die enorme Fortsetzungsflut, die danach noch kam, eher so an, als ob es schon länger her ist, aber es war tatsächlich 2009. Bevor ich auf den Test und das Spiel von damals eingehe, muss man auch noch den Vorgänger ganz kurz erwähnen. Der hat sich nämlich, und das ist sehr bemerkenswert für eine neue Marke, die damals etabliert wurde, bis zur Veröffentlichung des Nachfolgers satte zehn Millionen Mal verkauft. Das ist eine stattliche Anzahl. Wie gesagt, es war eine komplett neue Marke, komplett neue Ausrichtung. Man hat am Anfang ein bisschen Mystery auch in der Präsentation und in der PR-Arbeit gehabt, weil man einige Elemente eben nicht so preisgeben wollte, die dann auch natürlich in der Fortsetzung eine große Rolle spielen. Das soll es dann auch für den ersten Teil gewesen sein. Jetzt gehen wir direkt in Assassin's Creed 2 weiter rein. Basierend auf den Erfolgen des Vorgängers war die Erwartung an Assassin's Creed 2 enorm hoch. Der erste Teil hat bei uns ein Gold Award bekommen. Der zweite Teil dann im Test nicht mehr. Ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, was das damals für Diskussionen losgetreten hat. Denn in vielerlei Hinsicht war Assassin's Creed 2 besser als das Abenteuer mit Alta Irr. Aber dementsprechend tauchten natürlich Fragen auf. Wie konntet ihr dem Vorgänger Gold geben und jetzt diesem eigentlich besseren Spiel nicht? Zum einen hat das natürlich mit unserer subjektiven Herangehensweise zu tun. Beziehungsweise mit meiner subjektiven Herangehensweise, weil ich als Tester damals verantwortlich war und bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, namentlich die Urversion von Liberation und Assassin's Creed Rogue, alle Assassin's Creed Spiele getestet habe bisher. Ich hatte einfach andere Erwartungen daran. Klar, es gab ein verbessertes Kampfsystem. Es gab mehr Waffen. Es gab eine neue Wirtschaftsebene, wo man Sachen kaufen konnte. Historische Personen waren besser integriert. Leonardo da Vinci hatte sehr großen Einfluss auf die Geschichte im Spiel, auf die Hauptfigur, die gewechselte von Alta Irr in Assassin's Creed 1 zu Ezio Auditore Differenze, der dann aber nicht nur in Assassin's Creed 2, sondern auch in den zwei nachfolgenden Spielen, Brotherhood und Revelations, die Hauptrolle spielte. Die Sammelaufgaben, schon seit jeher ein Hop oder Top bei Assassin's Creed, waren besser integriert als im Vorgänger. Mit den Katakomben gab es ein neues, interessantes Action-Adventure-Element, das beinahe an Prince of Persia erinnerte, indem man da eben hauptsächlich über Umgebungsrätsel, Sprung-Elemente und so weiter versuchen musste, diese Katakomben zu erforschen. Kleine Anekdote am Rande. Das erste Assassin's Creed wurde konzeptionell ursprünglich als neuer Prince of Persia-Teil geplant, bevor das dann in die quasi offene Welt versetzt wurde und man quasi zu dieser Schablone kam, die bis heute die Assassin's Creed-Serie geprägt. Ebenfalls deutlich verbessert hat sich die Kulisse. Klar, Assassin's Creed sah für damalige Verhältnisse auf 360, PS3 und PC richtig gut aus. Die Fortsetzung hat nochmal einen draufgelegt und ebenfalls mit das Fundament gelegt für die visuelle, man muss es einfach sagen, Pracht, die Assassin's Creed von Teil 1 bis zuletzt Odyssey ausstrahlt und die sich komplett durchzieht. Aber, ja, wir sind noch weiter bei der Diskussion, wieso kein Gold, wenn der Vorgänger Gold bekommen hat. Es gab einfach zu viele spielmechanische Punkte, die mich in dieser Fortsetzung gestört haben, weil sie mich auch schon im Vorgänger gestört haben und eigentlich, ich erwartet hätte, dass man diese Sachen behebt. Dazu gehört ein weiterhin super schwaches KI-Verhalten, vor allem der der Wachen, die teilweise überhaupt nicht reagiert haben, wenn man Kollegen von ihnen, die nur fünf Meter weg sind, auf einer Brüstung aus dem Verkehr zieht, die kommen den Weg zurück und wundern sich nicht mal, wo ihr Kumpel geblieben ist und so weiter. Das sind Sachen, die mich persönlich stören, die mich immer wieder aus dem Spielverlauf gerissen haben. Und dazu kamen ganz, ganz große Schwächen im Charakterdesign. Ezio Auditore ist zweifellos eine sehr, sehr interessante Figur, hat aber im ersten Teil seiner Abenteuer nicht ganz geschafft, mich für ihn zu begeistern. Ähnlich wie bei Connor in Assassin's Creed 3 war seine Wandlung vom Unschulds-Bengel, der eigentlich so als Casanova durch Florenz tigert, hin zum eiskalten Meuchelmörder zu schnell. Und da weise ich gegen die Meinungen auch sehr stark auseinander, hat sich für mich bei Assassin's Creed 2 die Gegenwartsgeschichte zu sehr in den Hintergrund gezogen. Ezio ist zwar als Figur interessanter als Alter ihr, aber sein Wechsel vom Sunnyboy zum eiskalten Meuchelmörder kam zu abrupt. Rückblickend, wenn man jetzt die Teile 2b und 2c, also Brotherhood und Revelations, dazu zieht, ergibt sich ein deutlich kompletteres Bild von Ezio, das auch viel, viel interessanter ist. Nur in seinem ersten Abenteuer wurde er als Figur für mich nicht gut genug und glaubwürdig genug aufgebaut. Zusätzlich fand ich es sehr schade, dass sich Ubisoft dazu entschlossen hat, in Assassin's Creed 2 die Gegenwartsgeschichte um Desmond Miles weitgehend zu vernachlässigen. Man hat immer wieder kleine Andeutungen gemacht und so. Das musste man ja auch, weil Desmond nach wie vor in dem Animus festhing. Aber ich als großer Fan der Gegenwartsgeschichte fand das sehr, sehr, sehr schade. Ich weiß, dass es da draußen auch Spieler gibt, denen die Gegenwartsgeschichte vollkommen egal ist, die sich nur auf die megacoole Architektur und die Mechaniken und das Schleichen, Klettern etc. gefreut haben. Für mich war das ein bisschen zu wenig und das hat in der Summe halt dazu geführt, dass ich Assassin's Creed 2 damals schlechter bewertet habe als Assassin's Creed 1. Würde ich heutzutage rückblickend nochmal diese gleiche Wertung geben? 83 würde ich vielleicht doch Gold geben? Vermutlich kein Gold, aber wahrscheinlich einen Tick höher rückblickend. Allerdings nur unter Einbeziehung eben der anderen Teile, in denen Ezio die Hauptrolle spielt. Nichtsdestotrotz ist die Wirkung, die Assassin's Creed 2, auch wiederum im Zusammenspiel mit den Nachfolgern, bis heute hinterlassen hat. Enorm. Damals gab es hinsichtlich offener Welten eigentlich nichts, was dieser Serie das Wasser reichen konnte. Ja, Saints Row, Volition, sie haben es probiert, aber irgendwie sich dann auch in coolem und actionreichen Klamauk verloren, aber dadurch fehlte halt der Impact, den Assassin's Creed hatte. Es ist auch so, dass, wenn ich jetzt so meine Assassin's Creed Historie mir anschaue, sind die drei Ezio-Ableger die Teile, die ich am intensivsten gespielt habe, die ich auch alle mehrfach gespielt habe. Das hat dann mit Assassin's Creed 3 aufgehört. Ganz einfach, weil Connor als Figur nicht so gut war, weil mir die Welt nicht so gut gefallen hat, weil die Mechaniken nicht ganz so gut gepasst haben. Assassin's Creed 3, vor kurzem wurde ja auch das HD-Remaster veröffentlicht, wird auch bald nochmal für Switch erscheinen. Dass es nach Assassin's Creed 3 mit der Serie schleichend abwärts ging, ist sehr, sehr schade. Der traurige Höhepunkt, das wissen wir alle, war dann Assassin's Creed Syndicate, wonach ja dann auch glücklicherweise die Rückbesinnung kam und man dann mit Origins und Odyssey den Weg zum Action-Rollenspiel gefunden hat. Und sehr, sehr schön ist aber dabei trotzdem, dass man auch in den letzten Meuchelmörder-Abenteuern immer noch Essenzen der Assassin's Creed 2 DNA spüren kann. Vielen Dank.